also also jetzt geht los die sache läuft ja wie gesagt santiago 7 radio 4 bis 5 bei der störung momentan drauf ja ja gehen wir glaube ich vom mikrofon Ja, bin ich. So, ist es nicht so 5 cm weg. Ja, ne, passen wir mal von einer anderen Seite rein. Ich glaube, da kommen ein bisschen Blasgeräusche mit. Gut, Blasen tut natürlich auch ernst hier an. So, jetzt spreche ich mal von der Seite. Ah ja, jetzt ist es so gut wie weg. Ja, ist klar. Okay, jetzt war Bescheid. Es muss auch mal so eine Modulation. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Dabei ist das Ding hier nicht an der Hochantenne angeschlossen, sondern mit der Gummiantenne noch mit der kleinen Highflex ist bestellt. Also sollte jetzt einfach, muss man mal klarstellen, wie es jetzt mit der normalen Antenne ohne externen Mikrofon sich anhört. Ne, da kann man nicht backern, das hört sich gut an da. Leicht Hochtonbezogen, da fällt es zu deiner Stimme, aber hört sich sehr gut und sehr klar und deutlich an. Alles klar, Video beendet. I love you, danke dir. Also, alles klar. Ich danke dir. Alles klar. Vielen Dank.